ja mal leute willkommen zurück ich habe euch ja ich habe euch schon vorgestellt einige neue karten die trinket mechanik wenn ihr das verpasst hat schaut gerne oben in der infobox hier dran mal vorbei in part 1 von der vorstellung der trinkets etc da bin ich das hier alles durch gegangen jetzt wollen wir weitergehen welche neuen karten erwarten uns pro klasse denn wir haben einige neutrale sachen durchgeguckt viele kleine und große trinkets angeguckt und in alten karten geguckt was geht raus was kommt rein so ein bisschen jetzt fängt es an mit klassenkarten und wir fangen an mit elementaren elementare neue karten ich habe bock elementare waren eine klasse die definitiv immer sehr cool war dann viel nicht gespielt wurden weil sie irgendwie mit dem scaling nicht hinterher kam aber ja jetzt gucken wir wieder was was wir machen können mit elementaren also neuer three drop bountiful bedrock am ende des am ende aller jedes zweiten zuges bekommt man einen zusätzlichen zufälligen elementar also alle zwei runden elementar hört sich erstmal gut an elementare zu forcen finde ich nicht schlecht dann bekommen wir sleeping sea glass man darf auswählen entweder verdoppelt man hp oder attack von dieser unit ja weiß ich nicht mit drei drei base stats ist das nicht so mega premium aber es ist halt elementar mal gucken ob man es rein fitten kann ich denke im early game würde man eher hp nehmen um trades zum mehrere trades zu machen aber wir werden sehen und dann haben wir moss of the schloss klingt im deutschen eigentlich am geilsten immer wenn ein anderer befreundeter elementar stirbt bekommt der die maximum stats davon aber nur einmal pro zug das heißt der erste elementar der quasi stirbt ist das dann spannend wenn man einen großen rock rock zum beispiel schon hat oder so muss mal gucken ob der überhaupt noch drin ist oder halt allgemein irgendeinem anderen elementar spot gibt dann kann das relativ schnell ganz gut sein weil man die stats dann doppelt nutzt quasi auf auf dem moss of the schloss halt dann wird es änderungen geben bzw zurückkehrende units der landlubber geht von vier wieder auf drei runter mal gucken wie gut tavern spells dann wieder sein werden und der wildfire elementar geht dafür von drei auf vier wieder hoch weil cleave natürlich sehr stark ist semi cleave auf dem gottesschild macht er kein cleave und wenn wenn er nicht genug schaden macht macht er auch kein cleave effekt das heißt ja nicht im vergleich zu den anderen aber für die elementare ist das halt der einzige effekt was da was rausgeht bei elementaren sind magma lock also dieses cycle kram ist dann mit ein bisschen raus und marine matriarch das heißt wir können nicht mehr auf der wand fünf hier einfach spells farmen schade fand ich eine sehr coole karte ist man nicht oft zugekommen die zu spielen weil wenn man die als ungebufft entdeckt hat wollte man es meistens schon nicht mehr spielen und ja man musste dann gucken mit dem azarit lebendes azarit dass man die dann aus gebufft aus dem shop bekommt und dann war sie natürlich extrem cool ja leider nicht mehr drin gucken wir welche passenden trinkets ist dann aber dazu geben wird wir haben dalaran cheese wheel käserad okay minions in der im shop haben quasi plus eins plus eins und alle ach so und ab das wird immer geupgradet dreimal wenn man refreshed upgrade ne also du rollst dann ist es plus zwei plus zwei du rollst plus drei plus drei du rollst plus vier plus vier und dann ist es quasi full das ist spannend take shop buffs ja finde ich gut dann naso spy sehr günstig mit allem gold minions in der taverne haben plus eins plus eins for each minion you have sold this turn das heißt beim durchrollen und verkaufen kriegen die plus eins plus eins auch nicht schlecht demon blood god is spellcraft choose a friendly minion it consumes a random minion in the tavern to gain its stats ist halt wenn man schon shop buffs hat okay aber mal gucken auch da wieder wenn es spellcraft ist sind diese stats ja nicht permanent wahrscheinlich ja fellblatt porträt man bekommt ein slimy fellblatt kennen wir ja hp buff your fiery and slimy fellblads give attack and health dann ist ja fiery fellblatt viel interessanter als slimy ja der slimy den man bekommt gibt dann nicht nur plus zwei hp sondern auch plus plus zwei hp sondern auch plus zwei attack aber dauerhaft die stats geben tut slimy fellblatt dann mit dem todesröcheln ja auch das heißt man will eigentlich dann unmittelbar einen fiery fellblatt finden und einfach farm 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 das ist wild das ist sehr wild ich bin gespannt stell mir vor ihr habt schon einen fiery fellblatt auf dem board und geht dann findet dann das ding eure shop buffs werden explodieren die kodo leather pouch haben wir immer wenn ihr eine karte kauft kommt ein random minion plus zwei plus eins ja not bad und dann die lava lampe wenn ihr vier minions verkauft habt bekommt ihr einen zufälligen elementar das wiederholt sich dann immer da so kann man halt elementare forcen nicht schlecht der nomi sticker after you play an elemental element is in the tavern have plus one plus one this game nomi is back in form eines trinkets geil weil man muss für nomi dann kein board space aufbringen das problem an nomi war ja immer dass er als als neutrale karte da stand und nicht ja und einfach ein board space geklaut hat jetzt ist das einfach ein effekt von diesem spell und das ist natürlich mega geil nomi spec ich glaube ein fan fan favorite mega gut guck mal ob der in den großen trinkets dann noch mal drin ist und dann aber primordial terrarium after you play an elemental your next tavern spell cost one less kann man hier noch ein bisschen tavern spells reduzieren falls man lebendes azarit spielt also sind schon coole kombos hier shop buff kombos sehen wir dass ja auch irgendwie kombo mit shop buff das ist auch noch shop buff das ist cycle build das ist cycle build das ist also wir haben sowohl die shop buff elementar route als auch die cycle route finde ich spannend dann gibt es azarit porträt man bekommt ein lebendes azarit und die lebenden azarite geben jetzt nicht nur in den shop buff sondern man kann damit auch die befreundeten elementare die schon auf dem board sind buffen das ist natürlich extrem geil weil man dann nicht gezwungen ist wieder units zu kaufen aus dem shop sondern man kann einfach die die man schon hat hoch ballern finde ich extrem spannend okay dann das schießwiel in groß einfach ein größerer buff den man bekommt doppelt so groß das gleiche gilt für den den pie und das terrarium gibt einem einfach zwei friendly elementare und er ist ja gar nicht terrarium aber das sah von der artwork so gleich aus ne das war ja spell das sieht so ähnlich aus aber es ist jetzt eigentlich du bekommst zwei befreundete elementare die dann dann noch das todesröcheln haben einen frostling zu spawnen und der frostling hat plus eins plus eins für jeden elementar die ihr in diesem game gespielt habt das heißt auch cycle build ne dann haben wir die kodopouch in groß immer wenn wir wenn ihr ein minion kauf bekommt ein zufälliges befreundes minion plus vier plus vier die große version des nomi sticker mega geil also plus zwei plus zwei findet ihr erst den und dann den kriegt macht ihr plus drei plus drei quasi für jeden elementar den ihr cyclet das kann gigantisch werden da freue ich mich schon drauf und dann haben wir noch die schamanen halskette quasi immer wenn man zwei battle cry minions kauft bekommt man ein zufälliges battle cry minion noch zusätzlich not not bad weil das dann cycle build natürlich vorantreibt also coole coole optionen eigentlich oder was sagt ihr elementare wieder spielbar nomi oder azarit was ist was ist das was überwiegt das wird sehr spannend zu sehen weil azarit kann natürlich jetzt on board schon was machen was problem ist das ist erst der große spell der azarit vorteil gibt während nomi hier schon starten kann und slimy fail blood funktioniert eigentlich mit jedem spannend 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 also früh frühes fiery fail blood und dann in diesen in dieses trinket entdecken geisteskrank freue ich mich drauf wir gucken uns dämonen und max an gemischt ein bisschen bisschen weird aber ja schau mal einfach mal wurden scheinbar auch zusammen vorgestellt also wir haben erstmal einen reinen mac ancestral automaton und der hat plus drei plus zwei für jeden anderen ancestral automaton den du diese diese runde gespielt hast wisst ihr was das ist das ist pogo hopper das ist quasi pogo hopper wie rollt die durch 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 und jedes mal kriegen die diese stats oben drauf klar pogo hopper hatte den effekt der hat irgendwie gedabbelt oder sowas das ist natürlich nicht so geisteskrank exponentiell hinten raus aber es ist der gleiche effekt in der richtung nur dass es vordefiniert ist wie viele stats das sind finde ich spannend ja dann haben wir rein bei den demons auf tevern vier neu pilgrim und ein dem ein demon pro runde kostet euch hp statt gold funktioniert nur einmal pro runde ist spannend muss man halt vorher schon die möglichkeit haben dass man sich damit nicht selber killt also damage annulliert mit mit soul revinder dann kann das gut funktionieren dann achso weil wisst ihr was nicht drin stand da stand nicht hat auch da stand drin welche mal locks welche elementare gehen haben wir darüber gesprochen waren aber weniger aber ja spannend okay dann ich bin mal gespannt was dafür jetzt bei bei dem monen gleich rausfliegt dann haben wir prosthetic hand was ist denn mit der prothesen hand die hat magnetisch reborn und kann auch kann auf max und untote magnetisen nicht auf die mensch sondern jetzt haben wir auch ein crossover zu untote wegen reborn halt so kann man jedem untoten jetzt easy reborn geben spannend was ihr halt auch machen könnt ist ihr könnt die prosthetic hand so aufs bord spielen nicht magnetisen dann könnt ihr da magnetise effekte wie zum beispiel das gottesschild und so drauf packen und wenn ihr die dann trippelt könnt ihr die dann auf den untoten magnetisen könnt so auch das gottesschild auf den untoten geben das ist ganz spannend okay warum sind wir eigentlich so klein ich könnte euch das mal viel größer machen oder ja wir machen es mal ein bisschen größer hier noch mehr so dann haben wir depraved felfin ein demon murloc after discover a minion gain the stats of the other options das heißt die zwei optionen die man nicht wählt kriegt man hier als stats finde ich super spannend da ist die frage wie kontrolliert man das man öfters dann discovert aber ist eine coole neue mechanik finde ich nicht schlecht mirage conjure haben wir dann ihr könnt aussuchen ob ihr die attack äh aller minions in der taverne oder die hp aller minions in der taverne ähm verdoppeln wollt den in im early würde ich fast behaupten will man immer die hp verdoppeln boah aber das ist ist das dann permanent oder ist das nur für den shop den man da gerade sieht wenn das permanent ist ist das wild stell mal vor ihr habt ein bisschen normie buffs oder hier fellblatt sachen gemacht und dann das ding oh oh wir werden kranke shopper sachen sehen leute wir werden kranke shopper sachen sehen dann kommen ein paar mechs und so zurück ähm was zurückkommt ist der kaboombot kennen wir ja gut äh das neue modul geht von 4 auf 3 runter es wird wieder leichter sogar gottesschilde zu bekommen finde ich wild wir kriegen den keyboard igniter ähm das war einfach ein kampfschrei buff für nen demon und hat euch ein bisschen schaden gemacht aber okay der greasepot ist wieder da buff die gottesschilde auch naja wir werden wieder so full gottesschild early mech builds tempo shit sehen mit greasepot und und noch leichter zu bekommen im modul okay toxic mechs incoming leute kango ist zurück kango ist halt nur interessant wenn auch omega buster da ist und das sieht nicht danach aus das heißt kango wahrscheinlich eher uninteressant und mecha jaraxas kennen wir mac demon combo war okay war jetzt nie geisteskrank die sachen die man da rausbekommt ähm waren immer irgendwie 10 attack oder 10 hp aber selten beides und ein zusatzeffekt von daher ist das ganz okay rausfliegen dafür siliax module ist okay der mörgel mark 2 das ist rache effekt der hand und bord gebufft hat der war eigentlich tempo technisch ganz cool replicating menace fliegt raus das ist interessant weil das dafür sorgt dass man die flektobot nicht mehr so leicht refreshen kann die einzige option wäre dann das refreshen über die über das rebound von der hand zu machen und das ist ein tapern 4 statt die replicating menace auf 3 das heißt vielleicht ist die flektobot nicht mehr der number one play äh aranasi fliegt raus das ist der demon mit 10 äh 8 der 10 hp standardmäßig oder 8 auf jeden fall immer wenn er damage kriegt macht er diesen 5 damage ping fireball den man da kennt floating watcher fliegt raus das ist der der skalt wenn man sich damage macht bei den demons das horse fliegt raus mechanisches horse noch eine option die die flektobot nicht so leicht refreshed okay und einen riesen nur für wildtiere viel mehr viel größerer nur für wildtiere mit golden als für die mechs fellbau fliegt raus das heißt hier stache eber ähm stache eber demon der der bei spells immer gefressen hat und untameable das ist der der wenn er überlebt damage gekriegt hat aber überlebt sich ein gottesschild immer wieder gibt ja nicht schlecht aber wir müssen auch sagen ähm definitiv selten gespielt und schwierig einen platz im bild zu finden ja gucken wir uns an welche trinkets damit zusammenhängen die kleinen trinkets ähm man bekommt einen von diesen ancestrals das waren die hier die ich gerade vorgestellt wie die wie der hopper ja die sich dann buffen immer alle und immer wenn man es immer start of combat wird einer gespawnt war das ein warte mal wie war der effekt wenn man die spawnt ja wenn man die summont das heißt das triggert dann jede runde werden die immer größer und größer und größer das heißt man versucht wahrscheinlich ein ganzes board ancestrals zu bauen das ist ganz witzig okay bin ich gespannt dann haben wir äh die sunglasses immer wenn man einen mech beschwört im kampf bekommt ein anderer befreundeter mech gottesschild gottseidank ist replicating menace rausgegangen jetzt verstehen wir so ein bisschen wie rum weil das ist gottesschild refresh auf auf alle mechs irgendwie heftig dann haben wir end of each turn give your minions with goddess äh with divine shield plus four also gottesschild einheiten bekommen plus vier attack end of turn das heißt man scalt einfach full gottesschild board attack hoch und die trainen eh doppelt weil sie gottesschild haben shit fire dancers raus gottesschilde sind nicht mehr so leicht zu kontern das wird spannend dann haben wir den fish von nathos äh start of come with some fish ähm und der kopiert todesröcheln die frage ist wo spawnt er den spawnt er den hinten ja der kommt ganz rechts oder ähm so wie das auch zum beispiel bei osumat der fall ist dann ist das okay dann kann das ganz witzig werden weil jeder jetzt quasi den nathos effekt haben kann denn glowing gauntlet minion in der taverne haben plus drei plus drei es gibt unheimlich viel shop buff sachen krass kaboombot ja man bekommt ein kaboombot und ihr kaboombot deathvirtle steal 8 extra damage wow also kann man vielleicht doch kangor kaboombot spielen und die immer wieder beschwören spannend wird ein tempo build werden und rewinder porträt man bekommt den soul rewinder und einen rest reaver und die soul rewinder kriegen nicht nur ap wenn man sich damage macht sondern auch attack das heißt normalerweise hatten die immer 100 attack und nur 5 6 7 8 attack 100 hp und nur so ein bisschen attack und jetzt kann man die hochscalen mit rest river und kombination das heißt low low level demon build wird interessant ähm und dann die großen trinkets sind boom controller immer wenn man platz hat bekommt spawnt man eine extra kopie eine extra kopie für das ersten max der in der im letzten fight gestorben ist quasi was heißt when you have space heißt sobald ich was verkaufe spawnt das auch da bin ich gespannt wie das funktioniert könnte mega witzig mit diesen ancestrals werden müssen wir mal gucken den charging stuff gotteschild einheiten bekommen plus sieben attack gucken man bekommt eine fellblatt und die taverne hat immer sieben karten das heißt die siebte karte ist natürlich ein spell aber sechs minions das heißt man frisst richtig viel und eine frühe fellblatt könnte turn neun fellblatt wenn man schon ordentlich shop buffs hat und wir haben gesehen es gibt viele viele shop buffs könnte geil werden weil dann braucht man diesen doofen imp nicht und kann richtig full demon spielen da bin ich gespannt drauf finde ich geil ähm einen goldenen fisch bekommen sehr situationsbedingt ob die todesröcheln geil sind aber kann natürlich geil geil sein ähm stellt euch vor ihr seid fellblatt plus ähm ihr fellbad und und habt die die habt ein fellblatt womit ihr dann auch noch verdoppelt da ist eigentlich möglich jetzt nicht die fellblatt aus der quest weil man hätte dann die nicht aber ihr wisst was ich meine der kühlschrankmagnet äh rache 3 bekommt man eine random magnetic minion das ist heftig rache 3 ist easy auszulösen na wobei nicht mehr ganz so easy weil es replicating menace nicht mehr gibt aber trotzdem ihr wisst was ich meine ähm das growing gauntlet einfach nur minion plus 7 plus 7 heftiger shop buff wieder ähm mechagon adapter after friendly minion loses divine shield also wenn wenn das gottesschild verliert bekommt es doch wieder gottesschild what und das 3 mal ihr habt 3 gottesschild refreshs ok wir brauchen die flagto refresher nicht mehr das ding refresh 3 gottesschilde und dann war irgendwie wenn ihr wenn ihr was spawnt kriegt ihr gottesschilde stellt ihr euch vor ihr habt das und das oder das oder hier den stuff mit den 4 attack und hier dann noch das oh das ist ja eklig gottesschilde sind absolut toxic oh nein warum blizzard ok gottesschilde werden toxic werden nether pendant haben wir dann noch ähm minions in der taverne haben plus 1 plus 1 für jeden fight ähm äh wir haben minions in der taverne haben plus 1 plus 1 und es upgradet immer 4 mal wenn euer held damage bekommen hat wobei das ist weird weil wie viel damage kann denn der held bekommen weil es ist ja nicht es geht ja nicht every 4 times das heißt ja nicht wenn der 4 damage bekommen hat sondern 4 mal damage und das greater trinket kriegt man turn 9 wie viel damage sollt ihr denn turn 9 noch bekommen wenn ihr 4 mal 10 damage bekommt sind das 40 damage da seid ihr tot ach das funktioniert nur ja es funktioniert nur in der soul revinder kombination eigentlich soul revinder wrath reaver demon stuff wo man sich selber immer 1 damage macht und das aufhebt damit funktioniert das ah da hab ich nicht drüber nachgedacht das heißt es sind shop buffs darüber dass man soul revinder wrath reaver kombos spielt ok ja dann ist es wieder spannend ok ja 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 verstehe 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 gucken wir uns noch naga und quillbo an heute würde ich sagen ähm und dann sparen wir uns das letzte für teil 3 am montag bevor es am dienstag dann voll in den patch geht also wenn ihr sowohl teil 3 sehen wollt hier als auch den neuen content für den patch gerne abo dalassen nicht vergessen ähm also naga und stachel eber haben äh volcanic visitor ok spellcraft ihr dürft auswählen ob ihr euren minions plus 2 attack bis nächsten zug gibt oder plus 2 hp bis nächsten zug gibt ja attack oder hp board buff ok nicht schlecht kann man ja auch jede runde individuell wieder wählen ähm ja insgesamt glaube ich ganz gutes tempo für tevern 3 dafür dass es ein board buff ist fearless foodie habt ihr dann bei den stachel ebern ähm ihr sucht aus eure blutedelsteine geben ein extra plus 1 plus 1 dieses spiel das ist also bloodgems scaling oder man bekommt 4 bloodgems spannend das heißt am anfang nutzt ihr den wahrscheinlich um die bloodgems zu scalen und wenn die schon mal gut gescaled sind muss man sich nachher überlegen ob man die weiter scalen will oder ob man lieber sich bloodgems nimmt spannend finde ich finde ich interessant das gute ist dass es choose 1 ist man kann das nicht mit rylek triggern falls der überhaupt noch existiert ähm ja finde ich gut dann ähm haben wir als tavern 5 noch hot air wie spricht man das aus servoier ähm auf jeden fall ja bloodgems die er von der hand aus spielt das heißt das banner board triggert das nicht ähm charlie triggert nicht aber bloodgems die ihr über bongo bopper oder so bekommen habt und ausspielt würden ein extra mal äh gecastet werden quasi ja finde ich nicht schlecht ok minions die zurückkommen oder geändert werden die snail ist jetzt ein tavern 1 und das ist heftig in dem moment wo sie nicht mehr nur hp stackt sondern auch plus 1 also auch attack stackt klar ist das nur einmal pro runde aber das ist trotzdem kontinuier dieses scaling auf einer tavern 1 unit finde ich immer sehr stark der thorn captain ist zurück der war cool ähm ja und immer wenn eine karte auf die hand genommen wird bekommt er plus 1 ap aber das ist auch immer nur bis zum nächsten zug von daher geht das eigentlich relativ klar dann haben wir warden of old da kriegt man einfach ein extra gold ja das kann man immer hin und wieder so ein bisschen machen aber die statline ist eigentlich nicht gut das heißt das ist eher so ein bisschen verzweiflung ah gut ich nehme das gold um dann aus dem gold in den nächsten paar runden halt den vorteil mir wieder zurückzuholen quasi zesty once per turn when a spell is warte mal der war vorher schon tavern 4 oder once per turn when a spell is played on this get a new copy of it ist das nicht 1 zu 1 hat er sich stattechnisch verändert weil der effekt ist der gleiche die tavern ist die gleiche schreibt es mir mal gerne in die kommentare was glaubt ihr was hat sich hier verändert nur die attack stats war der 4 4 vorher ist jetzt 5 4 oder sowas weiß es nicht mehr schreibt es mal bitte rein Leute critter wrangler ist wieder drin ja das ist single scaling bei spellcraft den nimmt man temporär nur mit was richtig interessant ist es natürlich äh orgo soa ist wieder drin das heißt man kann nager erzwingen und entdecken und artissa ist wieder drin das heißt full artissa orgo build und dann dick stats da freue ich mich drauf da habe ich Bock drauf das sieht auch interessant aus und wir werden mit Sicherheit auch das ein oder andere interessante trinket bekommen was damit funktioniert und das gucken wir uns jetzt an sobald wir gesehen haben welche karten hier rausfliegen mini mermodon goodbye dafür haben wir jetzt die schnell auf 1 äh rogo kraus das ist aber der der die gottesschild der die ähm blood gems verdoppelt hat der hatte am anfang kein gottesschild hat dann gottesschild bekommen und seitdem war der komplett op das heißt ich finde das gut dass der rausfliegt und dafür der andere der tavern 5 hier kommt der auch blood gems verdoppelt aber nur blood gems von der hand nicht alle rogo hat alle verdoppelt und ähm der hat kein gottesschild also ist der deutlich schlechter als ein rogo eigentlich aber es war auch an der zeit weil rogo war zu stark silent swimmer tevern 4 welcher nager war das denn ach das war der der ähm einem den der 3 3 5 war der der unsichtbarkeit gegeben hat als spellcraft spell ne corrupted mermodon tevern 5 das war der der seine stats verdoppelt wäre zu stark mit artissa zusammen von da ist das okay felbor hatten wir ja schon äh eben gesehen dass der rausfliegt bei den demons ähm lord of gains fliegt raus logisch weil jetzt artissa wieder drin ist ist quasi ja fast das gleiche ähm nur mit endlos und lord of gains war ja gecapped weil artissa triggert bei jedem spell lord of gains nur für jeden individuellen spell das heißt man konnte keine doppelten ähm scalen und dann ja vindictive ist raus das ist der 6-drop der einen tavern spell hat entdecken lassen dafür haben wir orgo soa damit man nager entdecken kann das finde ich alles sehr legitim und da vermisse ich jetzt auch nichts was rausfliegt eigentlich so dann die kleinen trinkets ähm die bloodshamps geben instant plus 3 attack mehr noch bad dann haben wir das sparschwein hier das äh sieht ja auch sehr nach stachel eben aus ähm am anfang des kampfes bekommen deine quillboard also müssten das alle sein äh wir kommen alle todesröcheln get a bloodsham das heißt dein full quillboard hat dann jeder der gibt dir einen bloodsham das ist not bad das ist wirklich not bad aber gut wenn du das wählst hast du die bloodshams noch nicht gescalet weil du das nicht wählen kannst ja schwierig okay ähm dann haben wir immer wenn ihr einen spell castet auf einen minion bekommt das auch plus 2 plus 2 das ist quasi der critter wrangler effekt und weil da hier spielt cast a spell zählt dazu auch blutedelstein da zählt auch spellcraft spell und das zählt auch tavern spell zu das heißt das funktioniert sowohl mit den stachel eben als auch den nagern ganz gut aber es bufft halt nur eine single unit muss man mal gucken ob das wirklich 4 gold wert ist dann haben wir quilligraphy set also ein calligraphy set für stachel eber ähm und das hatte rache 4 deine blood gems geben ein extra plus 1 plus 1 das heißt man kann mit rache effekt blood gems scalen bild das heißt ich kann einfach random untote mit rebound spielen ich das trigger das einfach 5 6 7 mal und wenn meine blood gems dann richtig geil gebuft sind kann ich einfach auf stachel eber switchen okay gucken wir uns mal an das wird vielleicht den ein oder anderen shift ermöglichen äh ja replica kathedrale ähm your first spell each turn cast twice also einfach nur doppelt das spell ja es ist okay für blood gems weniger interessant für spellcraft spells weniger interessant vielleicht für deep blue ja ähm ja außer für deep blue eigentlich sehe ich das auf keinem anderen das heißt das am interessantesten ist das für tavern spells und nicht für für blood gems und auch nicht für spellcraft spells außer deep blue und dann haben wir das rusty trident und da haben wir am anfang des kampfes bekommen deine nager todesröcheln bekomme einen random spellcraft spell spellcraft spell das ist gut sobald ihr artissa habt weil dann geht es darum so viele spellcraft spells wie möglich zu produzieren vorher ist das halt nicht so gut deswegen ist die frage nimmt man das auf verdacht um artissa zu finden vielleicht ist man auch mal gezwungen weil die anderen options scheiße sind und nimmt das und findet dann nachher die artissa dann ist es geisteskrank dann haben wir shaker porträt man bekommt einen sesti shaker und jeder sesti gibt dir quasi doppelte kopien wenn du das findest dann heißt es nur noch deep blue suchen deep blue deep blue deep blue und ausrasten okay und die großen trinkets dazu das machen wir jetzt noch blood golem sticker immer wenn ein befreundeter stachel eber stirbt wird ein golem äh ja wird ein golem beschwört der die gleiche der die stats entsprechend der blood gems hat die dieser stachel eber hatte quasi und das passiert dreimal im combat das ist viel weil wenn ihr irgendwann mal big seid sowieso schon das noch on top zu haben könnt ihr euch den ein oder anderen win holen auf jeden fall dann haben wir den snarling conductor das ist der der einen spell wegwirft und euch vier gold gibt am anfang des turns den bekommt ihr ähm und immer wenn eine karte weggeworfen wird wird ein blood gem auf alle minions gespielt und da der eine karte wegwirft wird anfang des turns quasi auf alle deine minions blood gems gespielt bild dann haben wir glow scale kennen wir natürlich das ist der spellcraft spell der die gottes schild gibt man bekommt also eine glow scale und das erste enchantment pro runde ist permanent das heißt ihr könnt jede runde einem ein permanentes gottes schild geben und wenn das dann wenn ihr dann irgendwann full gottes schild habt dann geht ihr halt hin und macht was anderes permanent zum beispiel die blue buffs oder sowas aber das ist natürlich heftig weil man so dem gesamten nager bild full gottes schild gibt wobei wenn ich das kriege und ich bin irgendwas anderes großes dann spiele ich auch mache ich das auch mal eine runde lang oder zwei und gibt meinem anderen bild gottes schild es müssen nicht nager sein weil da steht nur your first spellcraft enchantment each turn is permanent das steht nicht dass es auf nager sein muss ich hätte es auf nager eingeschränkt aber wir können jedem bild full gottes schild geben damit dann haben wir noch das große schwein hier quasi alle deine blood gems geben plus 4 plus 4 extra bild wenn ihr eh schon starre eberscaling macht und genug methoden habt blood gems zu produzieren macht das das jao gems also das glas der edelsteine hier jeden kampf wenn zwei minions attackiert haben wird blood gem auf alle quillboss gespielt also es müssen erst zwei attacks fallen dann sind wahrscheinlich diese zwei minions die attackt haben tot vielleicht sind dann auch schon andere minions tot weil zwei attacks von dir selber weil da steht nee es müssen friendly minions sein also sagen wir du fängst an attackierst dann attackiert dein gegner also das attackte minions ist tot dann attackiert dein gegner dann attackte dein minion was attackiert wurde ist tot und dann attackiert dein minion und du gibst allen blood gems das heißt im bestfall sechs ja im bestfall hast du natürlich volles board und nichts ist gestorben bis dahin aber im schlechtesten fall sind schon zwei oder drei minions tot und du gibst es nur noch an vier oder fünf aber trotzdem nicht schlecht vielleicht unterschätze ich das auch und es ist geisteskrank weil wenn die blood gems natürlich schon groß sind kann das natürlich übel enden lore walker scroll haben wir dann noch whenever you cast a spell on a minion give it plus five plus five das ist quasi die version von eben funktioniert auch mit mit bluedelsteinen spellcraft spells und tavern spells und ist dann nochmal ein single buff für eine unit mal gucken wie geil das ist man kann natürlich einen dicken cleave damit richtig hoch buffen und zu guter letzt haben wir die große version von krilligraphy rache 4 deine bluedelsteine kriegen plus zwei plus zwei dieses spiel ja ich weiß nicht ob das vielleicht zu spät ist und man völlig übertreibt mit dem scale aber das kann extrem eskalieren wenn die blood gems dann irgendwann plus 10 plus 10 plus 20 plus 20 und höher geben freue ich mich drauf also stache eber könnten geisteskrank werden sehr geil ich will wieder high end nager spielen freue ich mich auch drauf und ja das ist noch nicht alles an content einige klassen fehlen uns noch wir können nochmal nach ganz oben gehen hier schnell ich nehme es nämlich gerade vor auf also piraten und tote beast drachen und murlocs sprechen wir dann am montag drüber bevor es am dienstag richtig los geht wie ich gesagt habe gerne abo dalassen wenn ihr es nicht verpassen wollt sowohl das update video als auch den content zum neuen patch und dann dienstagabend direkt einschalten auf dem patch day gegen 7 uhr geht es hier los und dann legen wir richtig los versuchen es mit den trinkets und machen richtig tempo leute vielen vielen lieben dank ich hoffe das update hat euch spaß gemacht schon mal schreibt gerne in die kommentare glaubt ihr es wird geisteskrank glaubt ihr es wird tempo welche trinkets habt ihr angst vor auf welche trinkets befreut ihr euch besonders und ansonsten habt eine geile zeit ich bin raus ciao abonniere 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 abonniere